Hallo und willkommen zurück zu diesem Video. Wir wollen uns mal die Mitteilung anschauen. Wir haben vorhin gemeldet, dass die Heizung ausgefallen ist. Das weiß in dem Fall der betroffene Mieter, das festgestellt hat, Bewohner. Und in dem Fall die Hausverwaltung. Damit aber das alle wissen, wurde eine Mitteilung verschickt. Wir haben die Möglichkeit, bei außerhalb von zentralen Anlagen auch eine Mitteilung an alle zu schicken. Deswegen, sollten Sie die App auf dem Handy oder auf dem iPad haben, haben wir die Möglichkeit, auch eine Push-Benachrichtigung zu schicken. Das machen wir bei wichtigen Sachen. Zum Beispiel Heizungsausfall. Wenn das ganze Objekt ohne Heizung ist, ohne Warmwasser zum Beispiel. Wenn der Aufzug nicht funktioniert. Das sind solche wichtigen Sachen, wo wir sagen, da schicken wir auch eine Push-Benachrichtigung raus, damit jeder informiert ist. Zum einen wissen Sie Bescheid. Zum anderen vermeiden wir dadurch halt die Doppel-, Dreifach-, Zehnfach-Meldung. Mitteilungen findet man hier vorne. Ich bin wieder eingeloggt in der Kachel hier oben. Ich habe einmal die Option, auf Mitteilungen allgemein zu klicken, auf Alle anzuzeigen oder auf die Mitteilungen, die gerade dazu verfasst wurde. Wenn ich draufgehe, bin ich im Bereich Mitteilungen. Hier sehe ich dementsprechend, wer mir was schreibt. Ist jetzt nicht spektakulär, aber wichtig, damit man zum Beispiel weiß, dass die Heizung nicht funktioniert. Oder der Aufzug nicht geht.